Fisch und Fang, das Erlebnismagazin für Angler. Ab 21.03. im Handel, die April-Ausgabe. Und das sehen Sie unter anderem auf der beiliegenden DVD. Meerforellen an der Küste. Jörg Strelo liebt das Fischen auf Meerforellen. Begleiten Sie den leidenschaftlichen Spinnfischer nach Fehmarn und erfahren Sie jede Menge Tipps und Tricks, um dem Silber der Ostsee erfolgreich auf die Schuppen zu rücken. Frühe Rotaugen. Große Plötzen sind nicht leicht zu fangen. Michael Schlögl zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Chancen am Fluss mit der richtigen Taktik erheblich steigern können. Auf Achse im Sauerland. Die großen Talsperren des Sauerlandes sind immer eine Reise wert. Matthias Fuhrmann besucht in dieser Ausgabe den Henne- und den Möhnesee. Steigt zu Uli Bayer ins Boot und überlistet zusammen mit Bürger Dohmeier tolle Hechte. Zielfisch Regenbogenforelle. Alle Abonnenten dürfen sich freuen. Auf der Zielfisch-DVD dreht sich in dieser Ausgabe alles um die Fischerei am Forellensee. Ob Tremarella-Technik, Posen-Schleppen oder das Angeln mit Kunstköder. Unsere Experten verraten ihre Erfolgsgeheimnisse. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Die April-Ausgabe. Ab 21. März überall im Handel. Jetzt Fan werden und keine Neuigkeiten verpassen. Facebook.com Fisch und Fang.